Es ist fünf Uhr morgens und ich mache mir gerade einen Kaffee. Gleich muss ich den Zug erwischen und mich noch ein bisschen wach werden. Ich bin noch in Berlin, aber ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich kann jetzt noch in Berlin, nicht mehr. Ich bin noch 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 nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020